Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Mini-Spiele. Ja, wir zocken ein bisschen Super Smash Mops auf Mineplex. So verraten, wie in meiner Beschreibung zu finden. Wir spielen mit Optifine 1.7.10, liegt in der Beschreibung. Irgendwie spielen mit dem Jack-Shop-Pack. Facts from Minecraft, Auflösung 64, Link in der Beschreibung. Minecraft hier immer in der Beschreibung. So, los geht's. Null, die schönen Null, wie immer. So, da kommt schon ein erstes Creeper. Wir sehen das Huhn. Und ein Skelettchen, also zwei Creeper und ein Skelett. Okay. Das geht ja noch. Oder hinten ist die Mitte. Das ist logisch, in der Mitte ist die Mitte. Oh, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Oh Gott, jetzt gehst du zu weit auf mich. Aber ein bisschen getroffen. Oh, Junge, sie schießen mich da rein. Oh, halbes Herz. Oh Gott. Oh Gott. Sneak, sneak, sneak. Oh Gott. Mach, ich muss mal kurz kurz zurück. So, jetzt. Jetzt hab ich wieder etwas mehr. Hö, was war das? Hö, die Eier haben sich nicht... Habt ihr das gesehen? Die Eier wurden aber nicht geschossen. Wie behindert... Bucky ist das hier? Ja, es läuft flüssig. Aber es ist... Hat so viele Bugs. So, jetzt musst du mal sterben hier. Ja, kommt zu zweit auf mich. Sehr wahrscheinlich sind es auch Thiemer. Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt hier keinen beschuldigen, aber... Es ist meine Meinung. Friss. Oh Gott. Ja. Dankes, Klett. So, wir sind die einzigen, die noch drei Leben haben. Ich suche eigentlich jetzt zuerst die Creeper rauszuhauen, weil das sind unsere wirklichen Gegner. Und dann, äh... Ja. Oh Gott. Okay, das Skelett greift nicht an. Ach, es ist tot. Nein, schieß nicht auf mich. Ja, wie du willst. Wenn du leiden willst. Hier ist noch einer. Oh mein Gott. Scheiße. Na, wir sind tot. Wir sind tot. Wir sind tot. Ja. Wir sind tot. Am einen Herzen. Wir sind jetzt tot. Er wird uns jetzt... Ja, die beiden werden uns jetzt... Oh, ich habe einen getötet. Nice. Die haben alle nur noch ein Leben. Okay. Nein, nicht, du Skelett. Boah, was war das für ein Gemetzel. Oh Gott. Ach, wieso bin ich da reingesprungen? Ich wusste doch, dass der Explosion macht. Ach, Menno. Mensch. Mensch. Dann haus mal aus. Nervt hin nur. Aber da hinten ist Krieg. Es sind die letzten Überlebenden. Okay, bevor die sich heilen. Oh, ja. Ja, anderthalb Herzen. Die jucken mich nicht. Okay, doch. Die jucken mich gerade. Hä? Na, was ist das? Ey, das sind wirkliche Teamer. Die greifen sich nicht an. Aber wie... Leute, wieso macht ihr das? Ich kann das verstehen. Ich spiele auch gerne mal im Team. Aber dann... Zu zweit gegen einen, dann löse ich das Team auf. Das ist einfach so. Und wenn man halt zu assi ist und dann das Team beibehält, dann tut's mir leid. So, der eine ist tot. Es ist doch der andere dran. Der müsste aber auch Damage haben. So, ich schieße mal eine Kanone zu dir. Was hast du jetzt zu bieten? Du wirst eh gewinnen. Ich weiß schon, dass du gewinnst. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Ich weiß, dass du gewinnst. Yes! Gewonnen! Mit einem Herzen. Nun gut, Leute. Das war's mit der Folge. Wir haben gegen ein Team gewonnen. Perfekt. GG. So. Und das war's mit der Folge, ne? Bis dahin, Leute. Ciao. Bye.